Freundinnen und Freunde der Astrologie, im Oktober ist wieder eine Menge los am Sternenhimmel. Merkur wird direktläufig, wir haben einen Vollmond der Heilung und der Neumond Ende des Monats erscheint als Sonnenfinsternis und verbindet uns mit unserem Karma. Jupiter geht nochmal zurück in die spirituellen Fische und Ende des Monats wird der Mars rückläufig. Was das alles für uns bedeutet und wie es sich auf die Sternzeichner und Aszendenten auswirkt, darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast mit den Tendenzen für den Oktober 2022. Macht ihr euch auch Sorgen oder lasst ihr die Dinge gelassen auf euch zukommen? Wir stecken ja mitten in der großen Zeitenwende zur Luftepoche und das ist nun mal mit Turbulenzen verbunden. Ich habe mal in die Konstellationen für den Winter geschaut und muss sagen, so schlecht sieht es für Deutschland gar nicht aus. Ich denke, wir können die Herausforderungen, die jetzt auf uns zukommen, bewältigen, ohne dass es zu größeren Katastrophen kommt. Das schauen wir uns gleich näher an und darauf gehe ich auch in den nächsten Livestreams noch ein. Deshalb abonniert meinen Kanal und klickt unbedingt auch das Glöckchen an, damit ihr kein wichtiges Video oder Livestream verpasst. Bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, gibt es aber erstmal Geschenke und wir fangen an mit der Verlosung. Es geht auf das Jahresende zu und passend dazu verlose ich eine persönliche Jahresvorschau als PDF. Und zwar unter allen, die meinen Kanal abonniert haben und mir hier einen netten Kommentar posten. Näheres dazu findet ihr am Ende des Videos im Service-Teil. Wer gewonnen hat, gebe ich in dem Video für den November bekannt. Und hier ist die glückliche Gewinnerin aus der Verlosung vom September. Ein Partnerhoroskop geht an Diana H. Fische mit Löwe-Ascendent. Vielen Dank für dein tolles Feedback und viel Glück in der Liebe wünsche ich dir. Bitte melde dich bei uns unter service at antonialangsdorf.com, damit wir dir dein Horoskop zumailen können. Gleich schauen wir in die Konstellationen für den Oktober und da zeige ich euch ja auch immer die aktuellen Horoskop-Grafiken. Und dann seht ihr hier die Häuser und hier die Planeten und dann diese geheimnisvollen Striche und Formen in der Mitte. Und das sind die sogenannten Aspekte und Transite, die die Planeten zueinander bilden. In der modernen Astrologie sind sie die Grundlage der Horoskop-Deutung. Wenn ihr sie versteht, könnt ihr selbst Geburtshoroskope interpretieren und Prognosen erstellen. Das hier wirkt alles sehr geheimnisvoll, ist es aber gar nicht. Es ist die Sprache der Sterne und die könnt ihr auch lernen. Wenn ihr euer eigenes Horoskop schon gut kennt und tiefer in die Astrologie einsteigen möchtet, dann kommt gerne zu mir in die nächste Meisterklasse. Sie beginnt am 31. Januar 2023 und wenn ihr euch jetzt schon entschließt mitzumachen, könnt ihr euch noch bis zum 20. Oktober den Frühbucher-Rabatt sichern. Da könnt ihr 60 Euro sparen, wenn ihr euch jetzt schon anmeldet. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung beziehungsweise im Podcast in den Shownotes. Und ich habe noch eine wichtige Info aus meiner Sternenwerkstatt für euch. Das heiß ersehnte Jahrbuch 2023 ist fast fertig und ihr könnt es schon mal vorbestellen. Wie immer erfahrt ihr in zwölf ausführlichen Kapiteln alles über die psychologische Bedeutung eurer Aspekte, Liebe, Business und Gesundheit mit den Highlights und kritischen Phasen des Jahres. Der Preis ist trotz Inflation gleich geblieben. Das Buch wird voraussichtlich Mitte Oktober erscheinen und einen kleinen Ausblick gebe ich euch im nächsten Livestream. Den Link, um das Buch zu bestellen, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir uns die Konstellationen im Oktober an. Wie gesagt, die Winterhoroskope für Deutschland sehen recht hoffnungsvoll aus. Ich sehe da weder einen großen Blackout noch die große Kälte. Einen schwierigen Aspekt haben wir allerdings jetzt im Oktober, nämlich das Kampfquadrat zwischen Traditionalist-Satoren und Revoluzzer Uranus. Es bedeutet, dass destruktive Kräfte noch mal alles dransetzen, die Gesellschaft zu spalten und damit zu schwächen. Aber das ist nichts Neues. Dieses Quadrat begleitet uns praktisch seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Und das ist jetzt die allerletzte Zuspitzung. Danach haben wir zehn Jahre Ruhe, ehe die beiden Planeten wieder aufeinandertreffen. Und dann bilden sie einen viel konstruktiveren Aspekt. Der Oktober wird uns aber wohl noch mal einiges abverlangen an Vernunft, innerer Führung, Zuversicht und Zusammenhalt. Das Gute ist, dabei bekommen wir fabelhafte kosmische Unterstützung. Action-Planet Mars tut sich mit Saturn als Stabilisator zusammen und dabei werden sie unterstützt von der Sonne und der Venus. Diese Konstellation hält die ersten drei Wochen über an und konzentriert sich rund um den Vollmond im Widder am 9. Oktober. Und dabei entsteht ein großes Harmoniedreieck. Das bedeutet, es finden Gruppierungen und Energien zusammen, die sich vorher durchaus bekämpft haben. Das Harmoniedreieck steht in den Luftzeichen Zwillinge, Wassermann und Waage, sozusagen als Vorbote der Luftepoche. Viel Kraft kann jetzt von Menschen ausgehen, die zusammenhalten und dabei auch von Behörden und Politikern unterstützt werden, die die Zeichen der Zeit erkannt haben. Ich stelle mir diesen Aspekt vor wie eine Art Portal zur Luftepoche. Wir können uns jetzt schon mit den Kräften der Zukunft verbinden, zum Beispiel in einem Vollmondritual. Zwar steht der rebellische Erfinder Uranus quer dazu, aber er wird auch mit eingebunden, nämlich durch ein sogenanntes Lerndreieck. Das heißt, jetzt ist die Zeit, aus der Vergangenheit zu lernen und zu verstehen, was zu tun ist, anstatt sich zu streiten. Also wir müssen schon aus unserer Komfortzone herauskommen, das ist klar. Aber wann hat man sich je weiterentwickelt, solange man in der Komfortzone geblieben ist? Vielleicht ist das die Energie, die Uranus uns schenken will, nämlich, dass wir einfach den Hintern hochkriegen und was verändern. Und das ist natürlich anstrengend. Aber dass die Zeitenwende mit dem Übergang in die Luftepoche unbequem, um nicht zu sagen schwierig werden würde, darauf habe ich immer wieder hingewiesen. Die Vollmond-Konstellation aktiviert außerdem Chiron, den verwundeten Heiler. Er wird uns auf unsere wunden Punkte aufmerksam machen, bei jedem Einzelnen wie auch in der Gesellschaft. Das kann schmerzlich sein, ist aber verbunden mit einer Chance auf Heilung. Deshalb eignet sich der Vollmond auch wunderbar für ein Heilungsritual. Und nicht zuletzt können wir auch unsere Liebe und Beziehungen zum Thema einer Zeremonie machen, denn der Vollmond bindet auch die Venus mit ein, also die Kräfte der Liebe. Und dabei kann es auch um die Heilung von Beziehungen gehen. Auf der konkreten Ebene sind die Konstellationen im Oktober vielversprechend für unsere Beziehungen und sie stabilisieren unsere festen Partnerschaften. Die Venus und die Sonne stehen im Beziehungszeichen vage. Am 2. Oktober wird der Merkur wieder direktläufig und geht am 11. Oktober ebenfalls in die Waage. Das sind gute Konstellationen für ein liebevolles Miteinander und gute Verständigung. Lilith, Symbol für die alte Göttin und für unsere innere Schamanin, spielt im Oktober ebenfalls eine wichtige Rolle. Sie fördert die Liebe zur Natur und die Arbeit mit schamanischen Techniken. Es könnte zum Beispiel eine gute Idee sein, im Oktober mal einen Kraftort aufzusuchen, um sich dort mit Energie und Zuversicht aufzuladen. Kraftorte in der Natur sind ja die natürlichen Kirchen der Göttin. Es gibt aber noch eine weitere schwierige Konstellation, die ich hier erwähnen muss. Der Mars bildet nämlich einen Spannungsaspekt zu Neptun und der hält etwa vom 3. bis 25. Oktober an. Das ist ein klassischer Infektionsaspekt. Der Mars steht für unsere innere Gesundheitsarmee, die Immunabwehr, während Neptun unsichtbare Feinde, sprich Viren und Bakterien, symbolisiert. Ein harter Aspekt von Neptun zu Mars schwächt außerdem unsere Kraft und damit auch unser Immunsystem. Diese Konstellation wiederholt sich auch noch mal im November und im März nächsten Jahres. Deswegen befürchte ich, dass wir in diesem Herbst mit einer erheblichen Infektionswelle zu tun haben werden. Sei es noch mal Covid oder eine andere Infektion, die uns überrollt, weil wir die letzten zwei Jahre unser Immunsystem nicht richtig trainieren konnten. Da müsst ihr also drauf gefasst sein und euch entsprechend wappnen, indem ihr euer Immunsystem unterstützt, also mit Vitaminen, guter Ernährung, maßvollem Sport und vor allem aber auch genug Schlaf, weil damit kann man Neptuns Kräfte ganz gut ausgleichen. Aber da hat ja auch jeder so sein ganz persönliches Rezept. Am 23. Oktober um 12.35 Uhr beginnt die Skorpionzeit. Die Sonne geht dann in Begleitung der Venus in den Skorpion und eine neue Energie kommt auf. Jetzt müssen wir beweisen, dass wir unsere Bemühungen um Harmonie und Zusammenhalt auch ernst meinen. Lassen wir den schönen Worten auch Taten folgen. Wir dürfen nun verbindlich werden und zu unseren Versprechen stehen. Am 25. Oktober haben wir Neumond im Skorpion und das ist zugleich eine Sonnenfinsternis, hat also Doppeltpower. Sie wird uns mit unserem persönlichen oder gesellschaftlichen Karma konfrontieren. Wir werden darauf hingewiesen, dass das, was jetzt geschieht, die Konsequenz unseres Verhaltens der Vergangenheit ist. Da können wir jetzt nicht mehr wegschauen. Und diese Sonnenfinsternis beeinflusst uns schon seit sechs Monaten und wirbt auch noch weitere sechs Monate weiter. Und wie sich das für euer Sternzeichen bzw. Aszendenten auswirkt, darauf gehe ich nachher noch ganz ausführlich ein und mache euch auch Vorschläge für eure persönliche Neumond-Meditation. Gegen Ende des Monats passieren noch zwei wichtige Sachen. Am 28. Oktober läuft Jupiter nochmal zurück in die Fische bis zum 20. Dezember. Das bringt eine Zeit des Innehaltens mit sich. Wir können dann die Entwicklungen auf der Welt von einer spirituellen Perspektive aus betrachten. Vielleicht gelingt es uns dann zu verstehen, welche Chancen in unseren derzeitigen Krisen stecken. Am 30. Oktober beginnt die Rückläufigkeitsphase von Mars in den Zwillingen und die dauert dann bis zum 12. Januar 2023. Das ist ein guter Grund, im Oktober noch so viel wie möglich auf die Reihe zu kriegen, denn danach werden wahrscheinlich so manche Projekte und Prozesse ins Stocken geraten. Es kann aber auch eine Zeit der Entschleunigung werden, in der wir ein bisschen Abstand von der äußeren Hektik und vielleicht auch Panikmache gewinnen und uns mehr darauf besinnen, was im Leben wirklich wichtig ist, nämlich die Liebe, gegenseitige Hilfe und Zusammenhalt. Und die Rückläufigkeitsphase des Mars dauert bis zum 25. März nächsten Jahres. Interessant ist auch, dass diese Rückläufigkeit direkt am Tag vor Samhain beginnt, dem wichtigsten Jahresfest der Göttin, das traditionell in der Nacht vom 31. Oktober zum 1. November stattfindet. Die meisten kennen dieses Fest als Halloween, aber der spirituelle Ursprung ist tatsächlich das alte Kältesche Fest Samhain, auch Hexenneujahr genannt. Der Mars als Symbol für die männlichen Kräfte wird rückläufig und zieht sich zurück. Das bedeutet, die Mittel des Kampfes und Krieges sind erschöpft. Sie sind an einem Punkt angekommen, wo es nicht mehr weitergeht. Gleichzeitig tritt Lilith hervor. Vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass wir den weiblichen Kräften mehr Aufmerksamkeit und Vertrauen schenken sollten, den ewigen Zyklen von Mutter Natur, die Leben spendet und nach Ablauf des fruchtbaren Zyklus wieder in sich aufnimmt. Jedes menschliche Leben wird von einer Frau geboren. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass mehr Mütter aufstehen und dagegen protestieren, dass ihre Kinder in Kriegen verheizt werden. Lilith weckt im Oktober die weiblichen spirituellen Kräfte. Auf die Konstellationen zu Samhain bzw. Halloween gehe ich im November-Video auch nochmal ein. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im Oktober. Mehr zu den einzelnen Aspekten des Monats erfahrt ihr jeden Tag bei mir auf Instagram in meiner täglichen Inspiration. Ich freue mich, wenn ihr mir dort unter Antonias Sterne auch folgt und ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt steigen wir ein in die Sternzeichen-Videos und schaut bitte nicht nur für euer Sternzeichen, sondern auch das Zeichen eures Aszendenten und wenn ihr es kennt, auch das eures Mondes. Wahrscheinlich stecken überall wertvolle Informationen für euch drin. Und wir beginnen wie immer mit den Widdergeborenen und Widderaszendenten. Hallo, ihr fabelhaften Widdergeborenen und Widderaszendenten. Spürt ihr den kosmischen Rückenwind von Mars? Ihr dürftet viele gute Ideen haben und seid voller Tatendrang. Und die Leute reagieren wohlwollend darauf. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp, falls ihr tiefer in die Astrologie einsteigen möchtet. Wie wäre es denn, wenn ihr selbst schauen könntet, welche Aspekte der Planeten gerade auf euer Horoskop einwirken? Wenn ihr verstehen würdet, aha, Mars bildet jetzt ein Sextil, das heißt, ich bekomme Unterstützung. Das könnt ihr bei mir in der nächsten Meisterklasse lernen. Am 31. Januar 2023 geht's los. An neun Kursabenden erfahrt ihr alles über Aspekte und Transite, sodass ihr selbst Prognosen stellen könnt. Wenn ihr Lust habt einzusteigen, dann sichert euch noch bis zum 20. Oktober den Frühbucher-Rabatt. Da könnt ihr 60 Euro sparen. Mehr Infos gibt's hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in eure Sterne für den Oktober und die sehen ziemlich gut aus. Liebesgöttin Venus und die Sonne bevölkern euer Partnerhaus. Das heißt, es gibt viele gute Gelegenheiten, Leute zu treffen oder kennenzulernen und zu flirten. Gegenüber steht Jupiter bei euch im Zeichen. Dadurch wirkt ihr selbstbewusst und optimistisch und das kommt gut an, wo sich doch jetzt so viele Leute Sorgen wegen des Winters machen. Ihr vielleicht auch, aber ihr lasst euch das nicht so anmerken. Stattdessen sucht ihr nach Lösungen und euch fällt auch was ein. Außerdem informiert ihr euch gründlich über eure Möglichkeiten. Dadurch habt ihr viel zu erzählen und gute Ideen und das macht euch attraktiv. Außerdem habt ihr ja auch Chiron hier stehen. Das heißt, das Ganze hat auch Tiefe, weil man euch anmerkt, dass ihr das nicht nur so daher erzählt, sondern dass ihr selber auch wisst, dass ihr auch verletzlich seid. Ich glaube, dass viele Widder jetzt an diesen Herausforderungen wachsen können und zeigen können, was sie drauf haben. Und es gibt bestimmt eine Menge Leute, die eure Nähe suchen, weil sie das Gefühl haben, dass ihr Krisensituationen gut meistern könnt. Und wisst ihr was? Sie haben recht. Ihr habt im Oktober viele wichtige Planetenkräfte auf eurer Seite. Das gibt euch sowohl Halt und Stabilität als auch Handlungsmöglichkeiten, um etwas zu tun. Dieser günstige Mix lässt euch wahrscheinlich auch beruflich gut dastehen. Vom 4. bis zum 11. Oktober ist zum Beispiel eine gute Phase, um Schriftliches unter Dach und Fach zu bringen, was ihr eventuell wegen rückläufigem Merkur aufgeschoben hattet. Da könnt ihr sehr gut verhandeln. Das wäre auch eine gute Woche, um Anträge bei Behörden einzureichen, falls euch Unterstützung zusteht. Achtet dabei nur darauf, dass ihr freundlich kommuniziert und nicht zu forsch auftretet. Wenn ihr zum Beispiel einen Sachbearbeiter am Telefon habt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr bekommt, was ihr wollt, ist gut, wird aber noch besser, wenn ihr eure Wünsche diplomatisch vortragt. Den ganzen Monat über dürfte es sehr gut für alle Widder laufen, die mit Worten, Sprache, Präsentation, Marketing und auch Selbstmarketing zu tun haben. Auch falls ihr Kurse anbietet oder selbst etwas Neues lernt, seid ihr erfolgreich. Schaut, dass ihr im Oktober so viel wie möglich auf die Reihe kriegt, denn Ende des Monats wird der Mars rückläufig und das kann eure Vorhaben verlangsamen. Finanziell müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wahrscheinlich ist im September einiges Geld reingekommen. Gebt das nun nicht gleich mit vollen Händen wieder aus, wenn es geht. Versucht lieber, etwas zurückzulegen für schlechte Zeiten. Und passt auch bitte auf eure Gesundheit auf. Euer Herrscher Mars liegt im Clinch mit Neptun und das ist ein klassischer Infektionsaspekt. Euer Immunsystem könnte schwächen oder geschwächt sein und ihr braucht jetzt viel Stärkung. Und geht bitte unnötigen Ansteckungsgefahren aus dem Weg. Der Vollmond am 9. Oktober im Widder aktiviert Partnerschaftsthemen. Falls es in eurer Beziehung etwas zu heilen gibt, tritt das rund um diesen Vollmond zutage. Die Konstellation eignet sich gut für ein Ritual für die Liebe, bei dem ihr euch auch die Heilung bestimmter Probleme wünschen könnt. Möglich ist auch, dass durch die Begegnung mit jemand Neuem gute Energien in den Fluss kommen, die ein altes Liebesproblem heilen können. Am 23. Oktober wechseln Sonne und Venus gemeinsam in den Skorpion. Und anschließend haben wir Neumond im Skorpion am 25. Oktober mit einer Sonnenfinsternis. Dadurch werden eure festen Beziehungen und Verbindlichkeiten aktiviert. Vielleicht denkt ihr darüber nach, ob ihr euch in eurer Beziehung auf etwas festlegen wollt. Zum Beispiel eine gemeinsame Anschaffung oder ob ihr zusammenziehen wollt, vielleicht sogar heiraten. Oder ein unverbindlicher Flirt entwickelt sich zu etwas Ernsterem. Für Alleinstehende Widder ist das ein guter Zeitpunkt, um bestehende Verträge und Versicherungen durchzugehen und zu schauen, ob da was geändert werden muss oder ob ihr sie in der Form noch braucht. Als Thema für die Neumond-Meditation könnt ihr euch fragen, wo lasse ich mich jetzt ein? Wo bin ich bereit, eine Verpflichtung einzugehen, zu der ich dann auch stehen kann? Und das ist sogar noch für die nächsten sechs Monate wirksam. Am 30. Oktober beginnt die Rückläufigkeit eures Herrschers Mars. Mehr dazu erfahrt ihr dann im November-Video. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stier-Ascendenten. In den ersten drei Wochen des Monats habt ihr konstruktive Berufsaspekte. Das solltet ihr ausnutzen, denn ab dem 23. Oktober dreht sich alles um die Liebe. Außerdem zeigt die Sonnenfinsternis am 25. Oktober, dass für einige von euch große und wichtige Veränderungen anstehen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp an alle, die gern tiefer in die Astrologie einsteigen möchten. Wie wäre es denn, wenn ihr selbst schauen könntet, welche Aspekte der Planeten gerade in eurem Horoskop wirksam sind? Wenn ihr verstehen würdet, aha, Uranus steht jetzt auf meiner Sonne, das heißt, ich werde mich in den kommenden Monaten neu erfinden. Das könnt ihr bei mir in der nächsten Meisterklasse lernen. Am 31. Januar 2023 geht's los. An neun Kursabenden erfahrt ihr alles über Aspekte und Transite, sodass ihr selbst Prognosen erstellen könnt. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann sichert euch noch bis zum 20. Oktober den Frühbucher-Rabatt. Da könnt ihr 60 Euro sparen. Mehr Infos gibt's hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in eure Sterne für den Oktober. Es sieht aus, als ob es an eurer Arbeitsstelle viel zu tun gibt und die Stimmung scheint auch ganz gut zu sein. Auch falls ihr etwas für eure Gesundheit tun wollt, was auch ein bisschen Verwöhncharakter hat, zum Beispiel Massagen oder Wellness, würde das unter guten Sternen stehen. Fragt doch mal euren Schatz, ob ihr euch nicht gegenseitig was Gutes tun könnt. Viele von euch werden diesen Monat unter Entscheidungsdruck stehen, und zwar im Hinblick auf euren Karriere- oder Ausbildungsweg. Das kann euch stressen, denn ihr spürt, dass es hier um was Größeres geht, was auch finanziell sehr lukrativ sein kann oder aber teuer wird. Vielleicht überlegt ihr beispielsweise, euch ein Solarkraftwerk für euer Haus oder euren Balkon zu kaufen. Die Stellung von Mars legt nahe, dass ihr bis nächsten März finanziell eine Menge reißen könnt, wenn ihr euch anstrengt, oder auch einen Kredit bekommen, den ihr jetzt braucht. Vielleicht denkt ihr auch über einen Nebenjob nach, um eure Finanzen aufzubessern, oder ihr habt die Möglichkeit, eine Extraaufgabe anzunehmen und gut bezahlte Überstunden zu schieben. Was es auch ist, von den Kräften her werdet ihr es voraussichtlich schaffen. Ideal wäre es, wenn ihr euch bald entscheidet, möglichst noch im Oktober. Bis zum 13. Oktober habt ihr eine gute und karrierefördernde Phase. Die Aspekte helfen euch, gründlich nachzudenken und zu tragfähigen Entscheidungen zu kommen. Dabei könnt ihr auch wichtige Leute mit ins Boot ziehen. Insgesamt sind die Berufssterne im Oktober sehr konstruktiv und ihr könnt davon ausgehen, dass ihr auf jeden Fall etwas zustande bringt, auch wenn es vielleicht gerade nicht der Traumjob und für immer ist. Für die Liebe und zum Kuscheln habt ihr womöglich in den ersten drei Wochen des Monats gar nicht so viel Zeit. Die Festliierten müssen ein bisschen darauf achten, dass die gemeinsamen Stunden nicht komplett in den Alltagspflichten untergehen. Wenn ihr Single seid, kann es in eurem Arbeitsumfeld knistern und prickeln. Tatsächlich sind Flirts mit Kolleginnen oder Kollegen, oder auch mit Leuten, mit denen ihr finanziell zu tun habt, möglich. Auf all diese Themen wirft der Vollmond am 9. Oktober ein Licht. Wenn ihr da Zeit habt, euch ein wenig zu besinnen, denkt doch mal darüber nach, wie wichtig euch euer Privatleben gegenüber Berufs- und Alltagspflichten ist. Und welche Routinetätigkeiten ihr vielleicht gemeinsam und mit Spaß tun könnt, also zum Beispiel kochen. Thema des Vollmonds könnte aber auch Selbstfürsorge sein. Habt ihr genug Zeit und Energie, euch selbst etwas Gutes zu tun? Und für manche Singles bringt dieser Vollmond auch einen neuen Flirt. Vielleicht mit jemandem aus dem Kollegenkreis oder dem Gesundheitsbereich. Ab dem 23. Oktober, wenn Sonne und Venus gemeinsam in den Skorpion wechseln, rücken Partnerschaftsthemen ganz stark in den Fokus. Am 25. Oktober haben wir Neumond im Skorpion mit einer partiellen Sonnenfinsternis. Und das Ganze spielt sich bei euch im Partnerhaus ab. Diese Konstellation zieht Energie wie ein Magnet in Richtung Liebe, Flirt und Beziehung. Wenn ihr Single seid, könnt ihr im neuen Mondzyklus eurem Seelenpartner begegnen und sogar mit einer neuen Liebe einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Auch für fest liierte Stiere können sich gemeinsam mit dem Partner wichtige neue Entwicklungen ergeben. Richtet deshalb die Neumond-Meditation auf eure Beziehungen oder euren Wunschpartner aus. Die Sonnenfinsternis wirkt am stärksten auf die vom 20. bis zum 27. April Geborenen. Wenn ihr dazu gehört, merkt ihr vielleicht schon seit einigen Monaten, dass große Veränderungen in eurem Leben im Gange sind. Vielleicht ein Jobwechsel, eine neue Liebe oder auch bezüglich eurer Wohnsituation, etwa durch einen Umzug. Falls noch nicht, wirkt diese Energie auch noch für die kommenden sechs Monate. Habt keine Angst davor, auch wenn es stressig wird. Diese Veränderungen werden sich wahrscheinlich auf positive Weise manifestieren und euch auf eurem Seelenweg weiterbringen. Am 28. Oktober läuft Jupiter nochmal zurück in die Fische bis zum 20. Dezember und bringt Aufwind in eure Freundschaften und gute Unterstützung in beruflichen Fragen. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge und Zwillinge-Ascendenten. Powerplanet Mars in eurem Zeichen dürfte euch viel Schwung und Tatendrang bescheren. Und das solltet ihr jetzt im Oktober unbedingt nutzen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp für alle von euch, die gerne tiefer in die Astrologie einsteigen möchten. Wie wäre es denn, wenn ihr selbst schauen könntet, welche Planeteneinflüsse gerade auf euer Horoskop einwirken? Wenn ihr verstehen würdet, aha, Mars steht jetzt auf meiner Sonne, das gibt Power, wie lange noch? Wow, bis zum nächsten März. Das könnt ihr bei mir in der nächsten Meisterklasse lernen. Am 31. Januar 2023 geht's los. An neun Kursabenden erfahrt ihr alles über Aspekte und Transite, sodass ihr selbst Prognosen erstellen könnt. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann sichert euch noch bis zum 20. Oktober den Frühbucher-Rabatt. Da könnt ihr 60 Euro sparen. Mehr Infos gibt's hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Ihr startet den Oktober mit super viel Schwung und habt beruflich einen guten Lauf. Dazu trägt auch bei, dass der Merkur am 2. Oktober wieder direktläufig wird. Was ihr jetzt anpackt, sollte Hand und Fuß haben. Denn nun werden die Weichen für langfristige Projekte gestellt. Schielt dabei nicht so sehr auf die schnellen Erfolge, sondern fragt euch, wo der neu eingeschlagene Weg in mehreren Jahren hinführen wird. Mit der richtigen Entscheidung könnt ihr Großes bewirken und euch Anerkennung verschaffen. Es ist also eine gute Zeit, um die Initiative für ein neues Projekt zu ergreifen, aber auch für die täglichen Aufgaben habt ihr jetzt mehr Kraft als sonst. Saturn, Planet der Meisterschaft und der Manifestation unterstützt euch dabei und nicht zuletzt auch die Venus, sodass es auch noch Spaß macht. Wenn ihr kreativ seid oder auch ein sportliches Projekt habt, werdet ihr auch mit Feuereifer dabei sein. Zwischen dem 6. und 14. Oktober müsst ihr allerdings darauf achten, dass ihr die Vorgaben von Vorgesetzten korrekt umsetzt. Und das ist nicht immer einfach, denn Anweisungen können teilweise unklar sein. Falls ihr selbst Mitarbeiter oder Untergebene habt, achtet darauf, dass sie euch richtig verstehen. In der Liebe sind eure Tendenzen super gut, vor allem bis zum 22. Oktober, solange die Venus durch die Waage läuft. Das weckt die Lust auf Liebe und Erotik, auf zärtliche und verspielte Zeiten zu zweit. Trotzdem müsst ihr achtsam sein, besonders rund um den Vollmond am 9. Oktober. Denn eine zauberhafte neue Liebesaffäre kann auch ein größeres Chaos auslösen. Besonders dann, wenn ihr gleichzeitig auch noch unter dem Einfluss von Neptun steht. Das betrifft besonders die Geborenen der dritten Dekade. Das heißt, genießt die Liebeschancen, aber spielt nicht mit den Gefühlen anderer. Und wenn ihr Single seid, achtet darauf, dass ihr nicht in einer Dreiecksgeschichte landet. Vielleicht wird auch aus einer Freundschaft Liebe, was dann im Freundeskreis eine große Welle erzeugt. Ihr müsst ein bisschen schauen, inwiefern von eurer Liebesgeschichte auch andere betroffen sind. Der Mars in eurem Zeichen kann euch schon dazu verführen, dass ihr in erster Linie euren eigenen Spaß im Sinn habt und wenig über die Konsequenzen nachdenkt. Vielleicht könnt ihr in der Vollmond-Meditation über einen Mantra nachdenken wie Wenn ihr euch integer verhaltet und mit delikaten Situationen achtsam und liebevoll umgeht, kann es ein Happy End geben. Besonders schöne, harmonische und beziehungsfördernde Einflüsse habt ihr zwischen dem 16. und 22. Oktober. Und diese Aspekte sind auch erotisch sehr prickelnd. Am 23. Oktober ziehen Sonne und Venus weiter in den Skorpion und dann geht mehr Energie in euren beruflichen oder auch privaten Alltag. Auch Gesundheitsthemen rücken dann in den Fokus, ganz besonders zum Neumond am 25. Oktober, der zugleich auch eine Sonnenfinsternis ist. Generell ist eure Gesundheit im Oktober leider ein heikles Thema. Dank Mars fühlt ihr euch körperlich und geistig besonders kraftvoll, doch ein schwieriger Aspekt zum Neptun zeigt an, dass euer Immunsystem trotzdem geschwächt sein kann. Möglicherweise überschätzt ihr eure Kräfte. Rund um den Vollmond am 9. Oktober seid ihr besonders anfällig für Infektionen. Außerdem schlafen ja auch viele von euch schon seit längerer Zeit schlecht, weil der unruhige Uranus im Bereich eurer Träume und des Unbewussten steht. Auch das kann eurem Immunsystem zu schaffen machen und so könnte es jetzt im Oktober einknicken. Deshalb sorgt ein bisschen vor, versucht gesund zu leben und schaut, wo ihr Ansteckungsgefahren vermeiden könnt. Der kritische Aspekt zwischen Mars und Neptun wiederholt sich auch im November und im März nächsten Jahres nochmal. Es lohnt sich also vorzubeugen. Deshalb könnt ihr den Neumond am 25. Oktober in eurem Gesundheitshaus gut nutzen, um ein stärkendes und vitalisierendes Ritual abzuhalten. Vielleicht möchtet ihr auch um Eingebungen bitten, wie ihr eure Gesundheit schützen und fördern könnt. Oder von welchen ungesunden Angewohnheiten ihr jetzt loslassen dürft, damit ihr fit bleibt. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Im Oktober gibt es ein Auf und Ab der Gefühle, aber die kosmischen Kräfte helfen euch dabei, in eurer Mitte zu bleiben. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp, falls ihr tiefer in die Astrologie einsteigen möchtet. Wie wäre es denn, wenn ihr selbst schauen könntet, welche Planeteneinflüsse gerade auf euer Horoskop wirken? Wenn ihr verstehen würdet, aha, Jupiter geht in mein viertes Haus, da werde ich eine schöne Zeit mit meinen Lieben haben. Vielleicht sollte ich ein Familienfest planen. Das und mehr könnt ihr bei mir in der nächsten Meisterklasse lernen. Am 31. Januar 2023 geht's los. An neun Kursabenden erfahrt ihr alles über Aspekte und Transite, sodass ihr selbst Prognosen stellen könnt. Wenn ihr Lust habt, mitzumachen, dann sichert euch noch bis zum 20. Oktober den Frühbucher-Rabatt. Da könnt ihr 60 Euro sparen. Mehr Infos gibt's hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir in eure Konstellationen. Gut, dass der Oktober mit ein paar freien Tagen anfängt, Denn bei euch scheint aktuell im Familienleben einiges los zu sein, für das ihr gerne Zeit erübrigen möchtet. Für die Spirituellen unter euch könnte es ein interessanter Monat werden. Schamanin Lilith geht jetzt in einen schönen Aspekt zu Spiritualitätsplanet Neptun. Das fördert alle Studien und Rituale zu mystischen Themen. So könnt ihr schon gleich die ersten Tage im Oktober nutzen, um euch einmal solchen Inhalten zu widmen. Oder plant doch mal eine Reise an einen Kraftort, um die Atmosphäre zu erspüren. Auf jeden Fall helfen euch solche Beschäftigungen, in eurer Mitte zu bleiben. Und der Kosmos fördert das noch bis Anfang November. Ab dem 4. Oktober, wenn die Arbeit wieder startet, habt ihr wahrscheinlich viel zu tun. Bestimmt seid ihr froh, dass der Merkur endlich wieder direktläufig ist. Trotzdem scheint es hier und da noch zu haken. Konzentriert euch deswegen erstmal auf die Sachen, die funktionieren und die vielleicht sowieso liegen geblieben sind. Gut läuft es für alle Krebsgeborenen, die beruflich in den sozialen Medien, im Marketing oder auch im Direktvertrieb tätig sind. Da bekommt ihr sehr gute Impulse und es können sich auch neue Projekte ergeben. Ihr habt tolle Ideen, wie ihr eure Follower oder eure Kunden begeistern könnt. Am 9. Oktober ist Vollmond im Widder und der steht angespannt zu euch. Er weist darauf hin, dass es nicht einfach für euch ist, Berufliches und Privates unter einen Hut zu bringen. An allen Ecken und Enden werdet ihr gebraucht. Eure Priorität ist meistens die Familie, aber auch in der Karriere gibt es wichtige Termine, die eingehalten werden müssen. Darüber solltet ihr in der Vollmond-Meditation nachdenken und um Unterstützung bitten. Tatsächlich habt ihr ab dem Vollmond für etwa 10 Tage eine heikle Phase, in der der Familienfrieden gefährdet sein kann. Denn im Spannungsfeld zwischen beruflichen Anforderungen und der Sehnsucht nach familiärem Zusammenhalt liegen eure Nerven öfter mal blank. Obwohl ihr eigentlich seht, was los ist, reagiert ihr möglicherweise verstockt oder zieht euch schmollend zurück und dann ärgert ihr euch hinterher über euch selbst. Das kann dazu führen, dass eure Lieben auf Distanz zu euch gehen und ihr braucht auch wirklich ein bisschen Freiraum für euch selbst, um euch zu sortieren. Gleichzeitig solltet ihr euch einen Ruck geben und die Menschen, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, um Verständnis für eure Stimmungen bitten. Ab dem 23. Oktober wird es besser. Dann gehen die Sonne und die Venus gleichzeitig in den Skorpion und aktivieren für vier Wochen eure Vitalität und Lebensfreude. Am 25. Oktober ist Neumond im Skorpion mit einer Sonnenfinsternis und die Konstellation steht ganz wunderbar für euch. Mehr Liebe, mehr Romantik, mehr Selbstliebe, die Verwirklichung von Herzensprojekten, all das kann euch dieser Neumond schenken. Und das sind auch die Themen, die ihr mit einem schönen Ritual stärken könnt. Ihr habt dann eine sehr gute Phase bis zum 3. November, die auf Entwicklungsschritte in Liebe und Partnerschaft hindeutet. Ob fest liiert oder in einer aufregenden neuen Romanze, die Liebe kann euch jetzt sehr inspirieren. Und wenn ihr alleinstehend seid, kann sich auch die Beziehung zu euch selbst verbessern und euer Selbstbewusstsein steigt, weil ihr starke, kreative Kräfte in euch spürt. Herzensprojekte, die euch viel bedeuten, können dann Gestalt annehmen. Wenn ihr Kinder habt, entwickelt sich der Zusammenhalt positiv, weil ihr die Sorgen und Nöte des Nachwuchses versteht und euch gegenseitig vertraut. Oder ihr erlebt, dass eure Herkunftsfamilien mehr Verständnis und Respekt für eure Persönlichkeit aufbringt. Auch beruflich läutet dieser Neumond ein Highlight bis zum 3. November ein. Ihr könnt zum Beispiel überlegen, euer Hobby zum Beruf zu machen. Es könnte auch ein Nebenberuf sein. Hauptsache, ihr habt mehr Spaß bei dem, was ihr täglich erledigt. Lasst eurer Freude und Fantasie freien Lauf. Es ist mehr möglich, als ihr zunächst vermutet. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Ihr startet in den Monat mit einer schönen, harmonischen Phase für euer soziales Leben. Bestimmt bekommt ihr viele Einladungen oder trefft tolle Leute, wenn ihr unterwegs seid. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp, falls ihr tiefer in die Astrologie einsteigen möchtet. Wie wäre es denn, wenn ihr selbst schauen könntet, welche Planeteneinflüsse gerade auf euer Horoskop wirken? Wenn ihr verstehen würdet, aha, Jupiter steht jetzt im Trigon zu meiner Venus. Das bedeutet Glück für die Liebe und mehr Geld. Mal schauen, wie lang das jetzt anhält und wie ich das am besten nutzen kann. Das und mehr könnt ihr bei mir in der nächsten Meisterklasse lernen. Am 31. Januar 2023 geht's los. An neun Kursabenden erfahrt ihr alles über Aspekte und Transite, sodass ihr selbst Prognosen erstellen könnt. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann sichert euch noch bis zum 20. Oktober den Frühbucher-Rabatt. Da könnt ihr 60 Euro sparen. Mehr Infos gibt's hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in eure Konstellationen für den Oktober und die sehen gut aus, sowohl beruflich als auch für euer soziales Leben. Ihr habt eine harmonische Phase bis zum 22. Oktober. Die ist wunderbar für Liebesgeflüster und überhaupt liebevolle Gespräche. Und falls es vorher Konflikte gegeben haben sollte, lässt sich das wieder gerade biegen. Euch fallen die richtigen Worte ein, um Menschen, die euch viel bedeuten, eure Gefühle und Wertschätzung zu zeigen. Auch mit Nachbarn und lockeren Bekannten seid ihr in gutem Einvernehmen. Falls ihr Geschwister habt, solltet ihr euch mal wieder bei ihnen melden und den Kontakt pflegen. Wenn ihr alleinstehend seid, könnt ihr nun viel für die Beziehung zu euch selbst und eurem inneren Kind tun, zum Beispiel durch Tagebuchschreiben oder Biografiearbeit. Auch beruflich dürfte es gut laufen, denn ihr habt die Sonne in der Waage und Glücksplanet Jupiter auf eurer Seite. Außerdem bekommt ihr einen produktiven Aspekt von Mars, der tatkräftige Unterstützung seitens eures beruflichen Netzwerks anzeigt. Vor allem, wenn ihr im Juli Geburtstag habt, genießt ihr in den ersten drei Wochen des Monats positive kosmische Energien, falls nicht andere Planeten in eurem Horoskop schwierige Aspekte empfangen. Wenn ihr im August Geburtstag habt, vor allem so vom 5. bis 15., dann müsst ihr wahrscheinlich wichtige Entscheidungen treffen. Dabei könnt ihr nicht immer so, wie ihr wollt. Ihr müsst vieles erst absprechen und die Einwände anderer berücksichtigen. Tatsächlich könnten Geschäftspartner oder Teammitglieder ganz richtig liegen mit ihren Erwägungen, sodass es sich lohnt, sie mit einzubinden. Möglich auch, dass ihr Hilfe und Unterstützung aus dem Team bekommt, um einen zögerlichen oder schwierigen Geschäftspartner doch noch zufriedenzustellen. Auf Alleingänge solltet ihr verzichten, auch wenn die Bedenkenträger euch auf die Nerven gehen. Das können übrigens auch Behörden und Vorgesetzte sein, die euch dazwischen funken. Aber gerade jetzt im Oktober sind die Chancen gut, dass ihr letztlich doch mit allen Beteiligten an einem Strang zieht und ein gutes Ergebnis erzielen könnt. Die beste Phase habt ihr dahingehend vom 6. bis zum 18. Oktober. Der Vollmond am 9. Oktober steht günstig und belebend zur Löwesonne. Er kann aber bei vielen anderen Menschen starke Emotionen auslösen und wird sicherlich einigen schlaflose Nächte bereiten, je nachdem auch privaten oder geschäftlichen Partnern, mit denen ihr zu tun habt. Insofern lasst es in der Woche darauf ruhig angehen und erwartet nicht zu viel von anderen. Am 23. Oktober gehen die Sonne und die Venus in den Skorpion und aktivieren für die kommenden vier Wochen den privaten und häuslichen Bereich eures Horoskops. Wobei die Venus Lust darauf macht, euer Heim kuschelig zu gestalten und herbstlich zu dekorieren. Hier findet auch der Neumond im Skorpion am 25. Oktober statt. Und das ist auch eine Sonnenfinsternis. Er läutet eine Phase bis Anfang November ein, die von stärkeren Spannungen geprägt ist. Dabei geht es wahrscheinlich um eure beruflichen Entscheidungen einerseits und die Bedürfnisse eurer Familie auf der anderen Seite. Es ist auch möglich, dass Familienkarma zutage tritt und euch bewusst wird, wie sehr das Familiensystem eure berufliche Entwicklung beeinflusst. Vielleicht denkt ihr auch darüber nach, wie ihr euch auf den kommenden Winter zu Hause einstellen wollt. Vielleicht könnt ihr diesen Neumond nutzen, um euch schon mal ein bisschen vorzubereiten, indem ihr über eure nächsten Pläne meditiert und darüber, inwiefern sie die Familie oder eure Wohnsituation verändern. Immerhin ist dieser Neumond auch eine Sonnenfinsternis und wirkt deshalb nicht nur im kommenden Mondzyklus, sondern bis zu sechs Monate darauf. Bis zum 29. Oktober unterstützt euch Merkur in der Waage dabei, gemeinsam einen Plan aufzustellen, zum Beispiel wer was dazu beitragen kann, dass ihr gut über den Winter kommt. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Im Oktober scheint es bei euch oft um Geld und Werte zu gehen. Außerdem habt ihr tüchtig zu tun und jede Menge toller Ideen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp, falls ihr tiefer in die Astrologie einsteigen möchtet. Wie wäre es denn, wenn ihr selbst schauen könntet, welche Planeteneinflüsse gerade auf euer Horoskop wirken. Zum Beispiel jetzt schon wissen, wann Jupiter in den Stier geht, weil er nämlich dann ein super günstiges Trigon zu euch bildet. Und ob er euch vielleicht noch mehr gute Aspekte schenkt? Das und mehr könnt ihr bei mir in der Meisterklasse lernen. Am 31. Januar 2023 geht's los. An neun Kursabenden erfahrt ihr alles über Aspekte und Transite, sodass ihr selbst Prognosen erstellen könnt. Wenn ihr Lust habt einzusteigen, dann sichert euch noch bis zum 20. Oktober den Frühbucherrabatt. Da könnt ihr 60 Euro sparen. Mehr Infos gibt's hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung. Im Oktober halten euch die Sterne ganz schön auf Trab. Powerplanet Mars bringt jede Menge Energie in euer kosmisches Karrierehaus und sorgt dafür, dass ihr viel zu tun habt und auch selbst den Drang verspürt, vorwärts zu kommen. Auch Saturn zeigt, dass euer Berufsalltag anspruchsvoll und manchmal auch ganz schön anstrengend ist. Beides aber wirkt im Oktober harmonisch zusammen, sodass es sich lohnt, wenn ihr euch richtig reinkniet. Ab dem 2. ist ja auch Merkur wieder direktläufig und auch Prozesse, die in den letzten Wochen ins Stocken geraten waren, kommen nun wieder in Gang. Am 30. Oktober wird der Mars rückläufig. Bis dahin solltet ihr so viel wie möglich auf die Reihe kriegen. Dazu kommt, dass euch Erfinder Uranus am laufenden Band mit neuen Ideen inspiriert, was man alles Tolles machen könnte. Euer soziales Leben will darunter aber auch nicht leiden. Denn Freundinnen nehmen euch in Anspruch und einige von euch erleben auch sehr romantische Zeiten. Möglich auch, dass aus einer Freundschaft Liebe wird oder dass ihr mit einem Freundschaft-Plus-Modell herum experimentiert. Das dürfte diesen Monat auch ziemlich spannend werden. Den Festliierten unter euch raten die Sterne nicht, ums Geld zu streiten. Die Zeit vom 6. bis 15. Oktober ist dahingehend etwas heikel, denn dann können Konflikte um Vertrauensfragen hochkommen. Möglicherweise verliert ihr dann die Geduld und es fallen scharfe Worte. Selbst wenn ihr Recht habt, dringt ihr oft nicht zu eurem Partner durch. Der hüllt sich dann in eine Wolke eigener Meinungen und hört gar nicht zu. Das gilt besonders, wenn ihr nach dem 12. September Geburtstag habt. Versucht, die Ruhe zu bewahren und schreibt auf, was euch wichtig ist. Die Gelegenheit zum Reden kommt. In diese kritische Phase fällt auch der Vollmond im Widder am 9. Oktober, der bei euch Fragen um Werte, Besitz und auch euer Selbstwertgefühl beleuchtet. Dabei scheint es um ein Gleichgewicht der Kräfte zu gehen. Wenn einer von euch deutlich weniger an Geld und Besitz in euer gemeinsames Leben einbringt, kann das ein Wunderpunkt in eurer Beziehung sein. Und ihr solltet euch überlegen, wie ihr damit umgehen wollt, damit das nicht dauerhaft ein Problem ist. Darüber könnt ihr zum Beispiel zu Vollmond meditieren. Wenn ihr alleinstehend seid, geht es vielleicht um euer Selbstwertgefühl und eure Selbstliebe. Dann könntet ihr euch zu Vollmond fragen, inwiefern ihr vom Zuspruch anderer abhängig seid oder ob ihr ein Gefühl von innerem Reichtum aus euch selbst schöpfen könnt. Vom 11. bis 29. Oktober habt ihr ein berufliches Highlight, in dem ihr eure Schlauheit unter Beweis stellen könnt. Die meisten Jungfraugeborenen haben einen analytischen Verstand und erkennen Chancen und Risiken oft früher als ihre Mitmenschen. Das könnt ihr euch in dieser Phase in Bezug auf euer Vermögen zunutze machen. Ihr könnt jetzt Finanzpläne machen, auch im Hinblick auf den kommenden Winter. Holt euch die nötigen Informationen und wertet sie aus. Dann entscheidet ihr bestimmt richtig, nämlich das Geld so anzulegen, dass es sich vermehrt. Ihr könnt dann auch Geschäftsabschlüsse einfädeln, die für euch von Vorteil sind. Am 23. Oktober gehen die Sonne und die Venus in den Skorpion und aktivieren für die nächsten vier Wochen die guten Ideen und eine liebevolle Kommunikation. Dann kommt auch die Gelegenheit, über eventuelle Probleme zu sprechen, ohne gleich auszurasten. Am 25. Oktober ist Neumond im Skorpion, ist zugleich auch eine Sonnenfinsternis und hat von daher viel Power. Das ist ein sehr inspirierender Neumond, der euch gedanklich stark anregt. In der Meditation könnt ihr um Eingebungen und Ideen zu allem bitten, was euch gerade wichtig ist. Haltet euer Notizbuch oder Smartphone bereit, um alles zu notieren und macht euch eine Liste, was ihr im kommenden Mondzyklus, aber auch während der nächsten sechs Monate erreichen wollt. Denn so lange wirkt diese Sonnenfinsternis. Am 28. Oktober passiert noch was Wichtiges. Dann läuft nämlich Jupiter nochmal zurück in die Fische bis zum 20. Dezember und lenkt glückliche Impulse in euer Partnerhaus. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wunderbaren Vagegeborenen und Vage-Ascendenten. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Oktober Geburtstag habt. Freut euch auf schöne Einflüsse von der Sonne und Liebesgöttin Venus in eurem Zeichen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp, falls ihr tiefer in die Astrologie einsteigen möchtet. Wie wäre es denn, wenn ihr jederzeit selbst schauen könntet, welche Planeteneinflüsse gerade auf euer Horoskop wirken? Zum Beispiel, wann die Venus Chancen für Liebe und Geld in eurem persönlichen Horoskop anzeigt. Das und mehr könnt ihr bei mir in der Meisterklasse lernen. Am 31. Januar 2023 geht's los. An neun Kursabenden erfahrt ihr alles über Aspekte und Transite, sodass ihr selbst Prognosen erstellen könnt. Wenn ihr Lust habt, mitzumachen, dann sichert euch noch bis zum 20. Oktober den Frühbucher-Rabatt. Da könnt ihr 60 Euro sparen. Mehr Infos gibt's hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir in eure Konstellationen. Ihr startet mit schönen sozialen Aspekten in den Oktober. Vielleicht nutzt ihr die freien Tage zu Beginn des Monats, um euren Geburtstag zu feiern. Bis zum 22. Oktober stehen die Liebesplaneten günstig für euch und verleihen euch eine verführerische und charmante Ausstrahlung. Das ist toll, um zu flirten und nette Leute zu treffen. Euer Sozialleben blüht und gedeiht. Ihr steht häufig im Mittelpunkt und wenn ihr zum Geburtstag einladet, werden alle kommen. Trotzdem gibt es auch ein paar heikle Zeiten in diesem Monat. Das beginnt mit dem Vollmond am 9. Oktober, der eure Beziehungsthemen aktiviert. Und zwar im Hinblick darauf, dass nun wunde Punkte zutage treten können. Obwohl viel Liebe da ist und ihr euch Harmonie wünscht, drängen doch Themen, die für einen oder beide Beziehungspartner verletzend sind, an die Oberfläche. Falls ihr frisch verliebt seid, könntet ihr vielleicht auch enttäuscht sein, weil sich herausstellt, dass ihr doch sehr unterschiedliche Wertvorstellungen habt. Besonders die Tage vom 9. bis 11. Oktober und auch vom 18. bis zum 22. sind dahingehend kritisch. Ihr könnt das aber selbst beeinflussen. Venus und der Merkur in der Waage helfen euch dabei. Wenn ihr euch gesprächsbereit zeigt und eure Beziehungen achtsam, liebevoll und respektvoll handhabt, könnt ihr solche Krisenmomente in echte Heilungschancen für die Beziehung verwandeln. Wenn ihr es dann noch schafft, problematische Themen nicht persönlich zu nehmen, werden die anderen dankbar sein und euch werden die Herzen zufliegen. Auch falls ihr Single seid und im Oktober jemand Neues kennenlernt, wird dadurch möglicherweise ein alter Wunderpunkt berührt, entweder in euch oder dem neuen Partner. Und dann müsst ihr damit trotz anfänglicher Verliebtheit direkt vorsichtig umgehen, damit der neue Flirt eine Chance bekommt. Vielleicht sogar die Chance, ein schwieriges Beziehungsmuster zu heilen. Beruflich unterstützen euch Mars und Saturn. Eure Schaffenskraft, Ausdauer und Disziplin sind gut. Am besten läuft es, wenn ihr selbstbestimmt und kreativ arbeiten könnt und die Kontrolle über eure Produktivität habt. Auch wenn ihr festangestellt seid, läuft es gut, solange ihr euch mit euren Aufgaben identifizieren könnt. Ihr habt einen guten Draht zur Chefetage, besonders wenn es eine Chefin ist. Sollte es aber Unstimmigkeiten geben, ist es wahrscheinlich schwierig herauszufinden, wo das Problem liegt. Kollegen oder Mitarbeiterinnen halten sich bedeckt und es kann euch passieren, dass ihr munter vor euch hinwerkelt und dann feststellt, dass andere damit gar nicht zufrieden sind. Oder ihr trefft Entscheidungen, die ihr für gut und richtig haltet, ohne sie mit den betroffenen Leuten abzusprechen, was zu Unfrieden führen kann. Deshalb bemüht euch um eine enge Abstimmung mit allen Beteiligten und wenn ihr selbst Chefin seid, schaut, dass eure Vorgaben auch in eurem Sinne umgesetzt werden. Gesundheitlich seid ihr dank Mars und Saturn vital und stabil. Aber damit das so bleibt, solltet ihr gut vorbeugen. Zum Beispiel viel Vitamin C und Zink zu euch nehmen und Ansteckungsgefahren aus dem Weg gehen. Am 23. Oktober um 12.35 Uhr verlässt die Sonne gemeinsam mit der Venus euer Sternzeichen und wechselt in den Skorpion. Sie aktiviert dann für die kommenden vier Wochen Themen rund um euren Besitz und eure Werte. Am 25. Oktober findet dort der Neumond im Skorpion statt und es bietet sich an, dass ihr euch damit beschäftigt, wie eure finanzielle Lage ist und was ihr braucht, um gut durch den Winter zu kommen. Saturn, der auch Behörden repräsentiert, ist weiterhin auf eurer Seite. Das heißt, wenn ihr einen Antrag auf Unterstützung stellen wollt, habt ihr gute Chancen, dass er bewilligt wird. Damit braucht ihr übrigens nicht bis zum Neumond zu warten. Tatsächlich wäre dafür die Woche vom 11. bis 14. Oktober am besten. Auch die Wertschätzung in euren Beziehungen und euer Selbstwertgefühl könnten Themen sein, die ihr im kommenden Mondzyklus gerne bearbeiten möchtet. Am 30. Oktober tritt auch Merkur in den Skorpion ein und begünstigt für die kommenden drei Wochen Finanzverhandlungen. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Oktober Geburtstag habt. Sieht so aus, als würde das ein ganz entscheidender Monat für euch werden, denn wir haben eine Sonnenfinsternis im Skorpion. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich aber noch einen Tipp für euch, falls ihr tiefer in die Astrologie einsteigen möchtet. Wie wäre es denn, wenn ihr selbst schauen könntet, welche Planeteneinflüsse gerade auf euer Horoskop einwirken? Zum Beispiel, welche Aspekte die Sonnenfinsternis im Oktober zu euren persönlichen Planeten bildet und in welches Haus sie fällt? Oder jetzt schon wissen, wann die Venus euch neue Liebes- und Finanzchancen bringt? Das und mehr könnt ihr bei mir in der Meisterklasse lernen. Am 31. Januar 2023 geht's los. An neun Kursabenden erfahrt ihr alles über Aspekte und Transite, sodass ihr selbst Prognosen erstellen könnt. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann sichert euch noch bis zum 20. Oktober den Frühbucher-Rabatt. Da könnt ihr 60 Euro sparen. Mehr Infos gibt's hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der Oktober fängt mit gemischten Einflüssen an, aber gegen Ende des Monats scheint sich alles um euch, euren Seelenweg und die Liebe zu drehen. Das wird ziemlich aufregend. In der Liebe kann es zunächst ein Auf- und Abgeben. Wenn ihr Single und auf der Suche seid, könnt ihr jederzeit außergewöhnliche Begegnungen oder einen überraschenden neuen Flirt erleben, besonders falls ihr auf Reisen seid. Doch das scheint nicht immer zu euren häuslichen Pflichten zu passen, entweder zeitlich oder auch, weil sich Familienmitglieder nicht mit eurem neuen Schwarm verstehen. In euren Freundschaften müsst ihr ein bisschen aufpassen. Läuft da vielleicht was hinter eurem Rücken? Wenn es Gerüchte gibt, solltet ihr dem auf jeden Fall gleich entgegensteuern. Vielleicht ist aber auch mit euren Freundinnen und Freunden alles in Ordnung und es ist eher ein gesundheitliches Thema, was euch beschäftigt. Etwa, dass ihr euch Ruhe und Rückzug wünscht, um eine Sache endlich auszukurieren. Die Festliierten unter euch stellen wahrscheinlich fest, dass sie sich auf ihren Schatz und ihre Familie verlassen können. Wenn euch etwas bedrückt, redet mit ihnen. Sie werden euch zuhören und gute Tipps parat haben. Eure beruflichen Tendenzen hängen sehr davon ab, womit ihr beschäftigt seid. Wenn ihr in einem heilenden und helfenden Beruf tätig seid, habt ihr wahrscheinlich gut zu tun. Ihr erhaltet viel Dankbarkeit und Wertschätzung für euren Einsatz. Besonders, wenn ihr in einer Einrichtung wie Krankenhaus oder Pflegeheim arbeitet. Auch wenn ihr spirituell arbeitet, zum Beispiel als Medium oder mit schamanischen Techniken, habt ihr viel Zulauf von Menschen, die eure Hilfe suchen und dankbar annehmen. Und ihr führt schöne und inspirierende Rituale durch. Euer Kontakt zur geistigen Welt ist ganz hervorragend. Und wenn ihr nicht weiterkommt, bittet einfach um Eingebungen und ihr werdet sie erhalten. Der Vollmond am 9. Oktober im Widder aktiviert die heilerischen und spirituellen Kräfte in eurem Horoskop und ist wunderbar geeignet für ein schönes Ritual. Entweder für euch selbst oder auch für eure Klientinnen und Klienten. Schwieriger sind die Einflüsse für ganz banale weltliche Jobs. Sieht aus, als gäbe es da einen ziemlichen Krankenstand und ihr müsst mehr arbeiten als sonst. Vielleicht seid ihr aber auch selbst erkältet oder euch plagt ein anderes Zipperlein. Habt kein schlechtes Gewissen, euch krankschreiben zu lassen, wenn ihr euch wirklich krank fühlt. Bald wird alles besser. Am 23. Oktober um 12.35 Uhr geht die Sonne in Begleitung der Venus in euer Zeichenskorpion und aktiviert dann für vier Wochen eure Vitalität und Lebensfreude. Das wird eine spürbare Energiewende. Wahrscheinlich merkt ihr richtig, wie eure Kräfte wachsen und eure Lebensgeister erwachen. Am 25. Oktober findet hier der Neumond im Skorpion statt. Für euch der wichtigste Neumond im ganzen Jahr. Und es ist auch noch eine Sonnenfinsternis. Das heißt, die Konstellation hat Doppeltpower. Mit diesem Neumond startet ein berufliches Highlight für euch, das bis zum 15. November reicht. In der Zeit könnt ihr so überzeugend auftreten, dass euch fast alle Wünsche erfüllt werden. Das ist eine gute Zeit, um Gehaltsverhandlungen zu führen, bei Behörden Anträge auf Unterstützung einzureichen oder auf Stellensuche zu gehen. Nutzt außerdem den Neumond, um Pläne für euer neues Lebensjahr zu machen, euch Listen zu schreiben, was ihr erreichen wollt, was wichtig ist und auch, wovon ihr loslassen könnt, um freier für die Zukunft zu sein. Der aufsteigende Mondknoten in eurem Partnerhaus legt nahe, euch stärker auf eure privaten und auch geschäftlichen Partnerinnen einzulassen und zuzuhören, weil sie euch sehr wichtige Impulse geben können, die euch auf eurem Seelenweg voranbringen. Wenn ihr zwischen dem 23. und 30. Oktober geboren seid, empfangt ihr direkt die Kräfte der Sonnenfinsternis. Sie bringt Begegnungen und neue Beziehungen, die euer Leben verändern können. Vielleicht habt ihr sie innerhalb der letzten sechs Monate schon getroffen oder begegnet ihnen im kommenden halben Jahr. Falls ihr mein Jahrbuch habt, könnt ihr das dort auch nochmal ganz ausführlich nachlesen. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Im Oktober habt ihr eine schöne Zeit für gesellschaftliche Aktivitäten. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch, falls ihr tiefer in die Astrologie einsteigen möchtet. Wie wäre es denn, wenn ihr selbst schauen könntet, welche Planeteneinflüsse gerade auf euer Horoskop einwirken? Zum Beispiel, in welchem persönlichen Haus Glücksbringer Jupiter jetzt bei euch steht und ob er vielleicht nächstes Jahr immer noch günstige Aspekte bildet, wenn er durch den Stier läuft. Das und mehr könnt ihr bei mir in der Meisterklasse lernen. Am 31. Januar 2023 geht's los. An neun Kursabenden erfahrt ihr alles über Aspekte und Transite, sodass ihr selbst Prognosen erstellen könnt. Wenn ihr Lust habt, einzusteigen, dann sichert euch noch bis zum 20. Oktober den Frühbucher-Rabatt. Da könnt ihr 60 Euro sparen. Mehr Infos gibt's hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der Oktober beginnt mit sehr schönen Einflüssen für Liebe und Geselligkeit. Meldet euch doch mal wieder bei guten Freundinnen und Freunden. Außerdem solltet ihr jetzt eure beruflichen Kontakte pflegen. Leute, die ihr privat kennenlernt, könnten auch geschäftlich interessant für euch werden. Spannend ist auch, dass der Mars bei euch im Partnerhaus steht und das noch bis nächsten März. Das kann ein gemischter Segen sein. Einerseits zeigt der Mars engagierte Verehrer an, die euch mit witzigen Sprüchen necken und foppen und aus der Reserve locken wollen. Und ihr seid ja so schlagfertig. Das macht euch bestimmt Spaß. Dabei kann auch ein Flirt entstehen, der sogar das Zeug hat, zur Beziehung zu werden. Denn Saturn als Faktor für alles, was längerfristig ist, unterstützt euch dabei. Wenn also aus einer Neckerei tiefschürfende und ernsthafte Gespräche werden, ist das ein gutes Zeichen. Allerdings kann der Mars im Partnerhaus auch Scherereien mit Konkurrenten oder Kollegen bei Meetings anzeigen, die sich einen Spaß draus machen, alles, was ihr sagt, in Frage zu stellen. In dem Fall solltet ihr euch nicht auf die Provokation einlassen. Einige von euch, die in der dritten Dekade des Schützezeichens Geburtstag haben, stehen gleichzeitig auch unter dem Einfluss des verpeilten Neptuns. Ihr müsst darauf achten, dass ihr bei einem Flirt oder auch bei einem Streit klar durchblickt. Es könnte sein, dass ihr die Angelegenheit nicht ganz richtig einschätzt. Möglich auch, dass ihr davon so abgelenkt seid, dass ihr darüber eine Verpflichtung innerhalb eurer Familie vergesst. Wenn ihr fest liiert seid, sind eure kosmischen Einflüsse romantisch und experimentierfreudig. Nehmt euch doch mal ein bisschen Zeit, gemeinsam etwas Neues auszuprobieren. Es kann erotisch bei euch knistern, aber vielleicht habt ihr auch Lust auf ein gemeinsames Abenteuer. Ihr könnt zum Beispiel mal einen Kraftort aufsuchen und ausprobieren, wie das auf euch als Paar wirkt. Beruflich habt ihr in den ersten drei Wochen des Monats einen guten Lauf, besonders wenn ihr mit Wort und Sprache zu tun habt, unterrichtet oder selber etwas lernt. Auch die Arbeit mit Gruppen und Social Media sieht sehr gut aus. Ihr seid beliebt und eure Produkte oder Ideen kommen gut an. Allerdings kann es an eurem Arbeitsplatz zu unerwarteten Störungen kommen, zum Beispiel, weil ein Kollege ausfällt und das kann euch zwischendurch mal aus dem Fluss herausreißen. Dann solltet ihr flexibel sein und euch um das Problem kümmern, denn wenn ihr es ignoriert, könnte es später erneut Schwierigkeiten bereiten. Am 9. Oktober ist Vollmond im Widder und der steht günstig für euch. Gleichzeitig kann es in diesen Tagen so etwa vom 8. bis zum 13. Oktober zu Spannungen in eurem Bekanntenkreis kommen. Dann könnt ihr helfen, indem ihr als verlässliche Ansprechpartner für die anderen da seid. Achtet nur darauf, dass ihr nicht in diesen Konflikt hineingezogen werdet. Die Woche darauf vom 14. bis 21. Oktober ist äußerst vielversprechend für einen Flirt oder überhaupt für eine gute Zeit mit euren Freunden und netten Leuten. Am 23. Oktober geht die Sonne in Begleitung der Venus in den Skorpion und beide aktivieren für die kommenden vier Wochen den spirituellen Bereich eures Horoskops. Ihr bekommt dann einen guten Kontakt zur geistigen Welt und empfangt viele Eingebungen, wenn ihr auf eure innere Stimme lauscht. Dort findet auch der Neumond am 25. Oktober statt, der zugleich auch eine Sonnenfinsternis ist. In einem Ritual oder in der Meditation könnt ihr die Kräfte der Anderswelt auf jedes Thema lenken, was euch gerade beschäftigt. Der Neumond aktiviert auch eure Gesundheitsachse. Gut möglich, dass euer Alltag oder auch euer Arbeitsumfeld euch zeitweise nervös macht oder ihr viel über die momentanen wirtschaftlichen Probleme und den kommenden Winter nachdenkt. Deswegen würde es euch gut tun, wenn ihr diesen Neumond nutzt und eine Routine in eurem Leben einführt, die euch beruhigt und wieder ins Vertrauen bringt. Zum Beispiel eine tägliche Meditation oder positive Affirmationen, also Gedankenbilder. Möglich ist auch, dass ihr während der Skorpionzeit öfter mal das Bedürfnis habt, euch zurückzuziehen und mehr auszuruhen als sonst. Dann nehmt euch möglichst die Zeit dafür. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Es sieht so aus, als hättet ihr tüchtig zu tun. Ihr habt viele Chancen, um auf eurem beruflichen Weg voranzukommen, aber auch in der Liebe kommt eine romantische Phase auf euch zu. Mehr dazu erfahrt ihr gleich. Vorher habe ich noch einen Tipp, falls ihr tiefer in die Astrologie einsteigen wollt. Wie wäre es denn, wenn ihr selbst schauen könntet, welche Planeteneinflüsse gerade auf euer Horoskop wirken? Zum Beispiel, ob der innovative Uranus jetzt genau eure Sonne unterstützt und vielleicht auch noch andere persönliche Planeten? Das und mehr könnt ihr bei mir in der Meisterklasse lernen. Am 31. Januar 2023 geht's los. An neun Kursabenden erfahrt ihr alles über Aspekte und Transite, sodass ihr selbst Prognosen erstellen könnt. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann sichert euch noch bis zum 20. Oktober den Frühbucher-Rabatt. Da könnt ihr 60 Euro sparen. Mehr Infos gibt's hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Im Oktober seid ihr wahrscheinlich sehr beschäftigt. Sonne, Venus und ab dem 11. Oktober auch der Merkur in der Waage bevölkern euer Karrierehaus und zeigen, dass es viel zu tun und zu entscheiden gibt. Der Merkur wird ja am 2. Oktober wieder direktläufig. Deshalb solltet ihr direkt nach dem Feiertag richtig Gas geben. Sowohl beruflich als auch finanziell zieht dann mehr Klarheit ein. Bei Vorgesetzten habt ihr einen Stein im Brett. Außerdem wisst ihr, was ihr wollt. Beides zusammen bringt euch berufliche Vorteile. Die nächste Karrieresprosse kann erklommen werden. Dabei erntet ihr teilweise auch die Früchte vorheriger Arbeit. Auch finanziell sieht es wieder besser aus. Deshalb denke ich, ihr werdet gut über den Winter kommen. Etwas schwieriger sind die kosmischen Einflüsse für euer Privatleben. Besonders was die Familie oder eure Wohnsituation anbetrifft. Vielleicht gibt es hier Spannungen. Zum Beispiel, weil ein Familienmitglied erkrankt ist und Unterstützung braucht. Und so könnten euch verschiedene Verpflichtungen drücken, für die ihr eigentlich keine Zeit habt, weil ihr beruflich so eingespannt seid. Der Vollmond im Widder am 9. Oktober kann diese Spannungen verstärken und euch womöglich um den Schlaf bringen. Lasst euch nicht hektisch machen. Ihr könnt es schaffen und ihr werdet es schaffen, wenn ihr an euch und euren Familienzusammenhalt glaubt. Und außerdem dürft ihr auch ruhig mal in der Familie um Hilfe bitten. Wichtig ist, dass ihr nicht autoritär auftretet, denn das könnte eure Lieben verschrecken. Sucht das liebevolle Gespräch. Gute Tage dafür sind am 11. oder 12. Oktober. Ihr könnt auch in einem Vollmondritual um Hilfe und Eingebungen bitten, wie ihr das bewältigen könnt. Denn wenn ihr eine Lösung findet, dürftet ihr im Oktober eine sehr erfolgreiche Zeit haben. In der Liebe habt ihr romantische Aspekte. Besonders die Singles, die gerade flirten, können sehr prickelnde Zeiten erleben. Es kann sich auch ergeben, dass ihr im beruflichen Bereich mit jemandem anbandelt. Aber da solltet ihr euch erstmal bedeckt halten. Es gibt noch ein paar heikle Tage vom 17. bis zum 22. Oktober. Da könnte ein Flirt im Büro zu Unstimmigkeiten führen. Man könnte euch nachsagen, ihr hättet es nur auf eine bessere Position abgesehen. Möglich ist dann auch eine berufliche Konkurrenzsituation mit einer Frau, die euch Kopfzerbrechen bereitet. Achtet hier sehr genau darauf, mit wem ihr darüber sprecht. Ihr müsst da ganz diplomatisch vorgehen. Wahrscheinlich wendet sich das Blatt ab dem 23. Oktober zum Besseren. Während ihr viel und fleißig arbeitet, achtet bitte trotzdem auf euer Wohlbefinden. Ernährt euch gesund und plant Zeiten für Ausgleichssport ein. Auf Instagram kann ich euch gerne ein paar tolle Trainer empfehlen, die kostenlos fantastische Übungen anbieten. Das müsst ihr euch gönnen, sonst könnte euer Immunsystem schwächeln. Am 23. Oktober wandert die Sonne gemeinsam mit der Venus in den Skorpion und aktiviert euer Haus der Freundschaften und der beruflichen Netzwerke und der Teamarbeit. Dort findet auch der Neumond im Skorpion am 25. Oktober statt. Während der Skorpionzeit solltet ihr unbedingt eure Kontakte pflegen. Seid dabei aber gleichzeitig auch auf überraschende Entwicklungen und Chancen gefasst. Zum Beispiel, dass euch ein Freund oder eine Freundin ganz kurzfristig einen Auftrag vermittelt. Wenn ihr noch auf der Suche nach einer Beziehung seid, ergibt sich vielleicht etwas mit jemandem, mit dem ihr zuvor befreundet wart. Oder Freunde stellen euch jemanden vor, an dem ihr Gefallen findet. Insofern ist das ein guter Neumond, um über Pläne und Projekte nachzudenken, die ihr gemeinsam mit anderen verwirklichen wollt. Das kann privat den Freundeskreis betreffen, wie auch eure geschäftlichen Kontakte. Günstig ist der Neumond auch, falls ihr in den sozialen Medien aktiv seid und ein wichtiges neues Projekt oder Inhalt vorstellen wollt. Ihr könnt während des nächsten Mondzyklus gemeinsam mit guten Leuten eine Menge auf die Beine stellen. Und weil dieser Neumond zugleich auch eine Sonnenfinsternis ist, gilt das sogar für die kommenden sechs Monate. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Wassermanngeborenen und Wassermann-Ascendenten. Für euch läuft es richtig gut im Oktober, sowohl in eurem sozialen Leben als auch beruflich. Mehr darüber erfahrt ihr gleich. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch, falls ihr tiefer in die Astrologie einsteigen möchtet. Wie wäre es denn, wenn ihr selbst schauen könntet, welche Planeteneinflüsse gerade auf euer Horoskop wirken? Zum Beispiel, wie lange Saturn noch bei euch im Zeichen bleibt, wo sich das genau abspielt und welche wichtigen Aspekte er zu den anderen Planeten eures Horoskops bildet. Oder jetzt schon wissen, wann die Venus euch neue Liebes- und Finanzchancen bringt. Das und mehr könnt ihr bei mir in der Meisterklasse lernen. Am 31. Januar 2023 geht's los. An neun Kursabenden erfahrt ihr alles über Aspekte und Transite, sodass ihr selbst Prognosen erstellen könnt. Wenn ihr Lust habt, mitzumachen, dann sichert euch noch bis zum 20. Oktober den Frühbucher-Rabatt. Da könnt ihr 60 Euro sparen. Mehr Infos gibt's hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Die Konstellationen im Oktober versprechen eine schöne soziale Phase für euch, die bis zum 22. Oktober geht. Während der Zeit sorgt die Venus für ein angenehmes Miteinander. Gleichzeitig empfehlen die Sterne, dass ihr euch in Beziehungen und im sozialen Umfeld ruhig auch Herausforderungen stellt. Denn Liebeserlebnisse oder Begegnungen können seelische Heilungsprozesse anstoßen. Das geschieht aber nur, wenn es nicht an der Oberfläche bleibt, sondern wenn ihr zulasst, dass über Gefühle gesprochen wird. Und dabei darf sich dann auch mal ein Schmerz zeigen. Es schadet auch nicht, wenn euch Situationen so richtig unter die Haut gehen. Das kann übrigens auch auf Reisen passieren oder in der Begegnung mit Menschen aus einem fremden Kulturkreis. Wenn ihr eure Komfortzone verlasst und euch für neue Gefühle und neue Horizonte öffnet, kann das eine sehr erfüllende und inspirierende Zeit für euch werden. Auch beruflich habt ihr einen guten Lauf. Besonders, falls ihr unterrichtet in der Erwachsenenbildung, wenn ihr publiziert und schreibt, oder auch, wenn ihr Menschen als Coach begleitet, wird euch eure Tätigkeit viel Freude bereiten. Wenn ihr im Büro arbeitet, kann es in eurem Arbeitsumfeld allerdings auch mal zu stressigen Situationen kommen. Besonders mit Kolleginnen. Entweder, weil sie ihren ganz eigenen Kopf haben, oder weil sie vielleicht aufgrund einer Schwangerschaft ausfallen und dann müsst ihr einspringen. Das solltet ihr auch, denn das kann sich durchaus als lukrativ erweisen. Und ist die Kollegin auch noch so schwierig, wenn ihr helft, kann das viel dazu beitragen, dass euer Einvernehmen in Zukunft besser und vertrauensvoller ist. Der Vollmond am 9. Oktober im Widder steht günstig für euch und kann Heilungsprozesse anstoßen, wenn ihr bereit seid, über das zu sprechen, was euch bewegt. Es bietet sich auch ein Ritual an, um Eingebungen und Ideen zu erhalten, wie ihr euch selbst oder auch andere heilen könnt. Vom 11. bis zum 22. Oktober habt ihr ein berufliches Highlight. Besonders Fortbildungen sind begünstigt. Steht euch da vielleicht was zu? Dann meldet euer Interesse an. Und falls ihr einen Kurs habt, der nun beginnt, dürfte der sehr erfolgreich verlaufen. Dabei solltet ihr auch langfristig denken. Weiterbildung kann wichtig sein, um eure Zukunft zu gestalten. Immerhin habt ihr Saturn in eurem Zeichen. Und das heißt, was ihr jetzt für eure berufliche Entwicklung tut, kann euch lange gute Dienste leisten. Auch wenn ihr euch ein bisschen durchbeißen müsst. Es lohnt sich. Eine Baustelle kann auch im Oktober weiterhin der Bereich der Familie oder eure Wohnsituation sein. Ich kenne zum Beispiel eine Wassermannfrau, bei der sich eine nervige Renovierung bereits seit über einem halben Jahr hinzieht. Was ist es bei euch? Ein Umzug oder Stress mit Familienmitgliedern? Jedenfalls kann es sein, dass ihr im Oktober diesbezüglich eine wichtige Entscheidung treffen müsst und euch damit schwer tut. Denn ihr wisst, was ihr jetzt tut, hat längerfristige Konsequenzen. Ab dem 23. Oktober seid ihr wahrscheinlich beruflich richtig gefordert. Die Sonne geht dann in Begleitung der Venus in den Skorpion und aktiviert dort euer kosmisches Karrierehaus. Auch beruflich können nun wichtige Entscheidungen auf euch zukommen. Und die betreffen vielleicht gleichzeitig auch Familie oder die Wohnsituation. Und dazu kommen ja jetzt noch die Vorbereitungen auf den Winter. Vielleicht überlegt ihr zum Beispiel, ob ihr euch ein Balkonkraftwerk zulegen solltet. Und dafür würden euch die Sterne grünes Licht geben. Was es auch ist, der Neumond mit der Sonnenfinsternis am 25. Oktober konzentriert in diesem Bereich die Energie. Ihr könnt also in einer Meditation oder auch einem Ritual darüber nachdenken, was ihr tun wollt und um Eingebungen bitten, die euch dabei helfen, richtige Entscheidungen zu treffen. Die erneuernden Kräfte dieses Neumonds wirken noch bis zu einem halben Jahr weiter. Also traut euch und legt los. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Ascendenten. Im Oktober lenkt der Kosmos viel Energie in eure festen Beziehungen und Verbindlichkeiten. Später im Monat wird es dann noch sehr romantisch und kuschelig. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich aber noch einen Tipp für euch, falls ihr tiefer in die Astrologie einsteigen möchtet. Wie wäre es denn, wenn ihr selbst schauen könntet, welche Planeteneinflüsse gerade auf euer Horoskop einwirken? Zum Beispiel, wie lange der sanfte Neptun noch bei euch im Zeichen bleibt und wo und wann er euch Romantik und Kreativität verspricht. Das und mehr könnt ihr bei mir in der Meisterklasse lernen. Am 31. Januar 2023 geht's los. An neun Kursabenden erfahrt ihr alles über Aspekte und Transite, sodass ihr selbst Prognosen erstellen könnt. Wenn ihr Lust habt, mitzumachen, dann sichert euch noch bis zum 20. Oktober den Frühbucher-Rabatt. Da könnt ihr 60 Euro sparen. Mehr Infos gibt's hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Hurra, am 2. Oktober wird der Merkur wieder direktläufig und das bringt euch bestimmt Erleichterung. Privat und geschäftlich herrscht da nicht mehr so ein Durcheinander mit Leuten, die etwas zu- und wieder absagen und Missverständnissen, die euch die Arbeit erschweren. Falls dadurch noch Fragen offen sind, lassen die sich jetzt klären. Deswegen solltet ihr das Gespräch suchen. Auch falls es etwas zu verhandeln gibt, habt ihr gute Karten, denn eure Verhandlungspartner sind durchaus großzügig. So könntet ihr auch versuchen, einen Kredit zu bekommen, wenn ihr einen braucht. Insgesamt scheinen Geld- und Wertefragen im Oktober besonders wichtig zu sein. In eurer festen Beziehung überlegt ihr vielleicht, eine gemeinsame Anschaffung zu tätigen. Es kann aber auch um eure Verträge und Versicherungen gehen und was ihr davon wirklich noch benötigt. Der Vollmond am 9. Oktober wird diese Themen aktivieren und dann ist es sehr wichtig, dass ihr sachlich bleibt und nicht zu emotional werdet, wenn es ums Geld geht. Ihr dürft davon ausgehen, dass es eine Menge Leute gibt und das können durchaus Verwandte oder auch Mitbewohner sein, die für euch da sind, wenn ihr sie braucht und euch notfalls auch finanziell aushilfen. Diejenigen von euch, die spirituell arbeiten, dürfen auch auf die Kräfte der geistigen Welt vertrauen, wenn ihr wisst, wie ihr sie um Hilfe bitten könnt. Ihr seid nicht allein. Beruflich läuft es besonders gut, wenn ihr mit modernen Technologien arbeitet, etwa in der Informatik oder als Computerspezialisten. Aber auch euer Selbstmarketing dürfte gut funktionieren, weil ihr unglaublich originelle Ideen habt. Auch wenn ihr mit Sprache arbeitet, viel mit Leuten zu tun habt oder im Verkauf tätig seid und nicht zuletzt den Kreativen und Künstlern unter euch, fallen viele gute Sachen ein. Möglich auch, dass ihr an einer findigen Idee arbeitet, wie ihr bei euch zu Hause und in der Nachbarschaft etwas organisieren könnt, um im Winter Energie zu sparen und euch gegenseitig auszuhelfen. Ein bisschen heikel können die Konstellationen für diejenigen von euch sein, die direkt unter dem Einfluss von Neptun stehen. Das betrifft aktuell die Geburtstagskinder etwa vom 8. bis 17. März. Und wenn ihr merkt, dass ihr besonders kreativ, sanftmütig, aber auch ein bisschen verpeilt seid, gehört ihr wohl auch dazu. Ihr steht gleichzeitig auch unter dem Einfluss von Mars und das kann euch nervös und gereizt machen. Der Mars zeigt Action bei euch zu Hause an. Dinge, die erledigt werden wollen und Mitbewohner oder junge männliche Familienmitglieder, die euch auf den Keks gehen. Es kann aber auch was Nettes sein. Eine Fischefrau, die ich kenne, hat sich zum Beispiel gerade ein neues, junges Hündchen zugelegt, was sie zu Hause ganz schön auf Trab hält. Was es auch ist bei euch, ihr müsst euch gut organisieren, trotzdem genug schlafen und ihr solltet euch nicht verzetteln, indem ihr zu Hause zu viel gleichzeitig erledigen wollt. Aber man muss leider sagen, dass dieser Aspekt auch euer Immunsystem angreifen könnte. Zum Beispiel, weil Kinder oder Besuch irgendwelche Infekte bei euch zu Hause einschleppen. Also passt ein bisschen auf euch auf. Ab dem 23. Oktober kommen viele Dinge in Fluss, Denn dann geht die Sonne in Begleitung der Venus in den Skorpion und bildet für vier Wochen einen superschönen, stärkenden Aspekt zu euch. Das regt euer Fernweh an, euren Wunsch, Pläne zu machen und auch über eure Lebensphilosophie nachzudenken und was ihr von der Zukunft erwartet. In diesem Bereich fällt der Neumond im Skorpion am 25. Oktober. Der läutet eine wunderbar romantische Phase bis Mitte November ein, die kann euch sämtliche Sorgen vergessen lassen. Vielleicht macht ihr zum Beispiel spontan eine Liebesreise. Deswegen könnt ihr nicht nur über eure Zukunftspläne meditieren, sondern auch ein Ritual für die Liebe abhalten. Dieser Neumond ist zugleich auch eine Sonnenfinsternis und hat viel Power. Ihr könnt dadurch noch ein halbes Jahr kosmischen Rückenwind erhalten. Am 28. Oktober geht außerdem bis zum 20. Dezember der Jupiter nochmal zurück in die Fische. Und er sendet euch ein paar Glücksstrahlen, besonders für die Geburtstagskinder vom 18. bis 20. März. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Zum Schluss habe ich wie immer noch ein paar Tipps und Termine für euch. Ergänzend zu eurem Sternzeichenhoroskop biete ich verschiedene schriftliche Horoskope als PDF an, in denen ihr euch noch weitere Planeteneinflüsse deuten lassen könnt. Zum Beispiel habe ich ein sehr schönes schriftliches Geburtshoroskop und empfehlen kann ich euch auch das neue Venushoroskop mit der ausführlichen Deutung der Venus-Transite für sechs Monate. Da erfahrt ihr nicht nur was über die Liebe, sondern auch über eure Selbstliebe und über finanzielle Chancen und Tendenzen. Ihr könnt auch eine persönliche Beratung bei mir buchen, da müsst ihr aber ein bisschen Wartezeit einplanen. Alle meine Produkte und Services findet ihr auf meiner Homepage und die verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Empfehlen möchte ich euch an dieser Stelle auch einen Termin meiner lieben Freundin und Schamanin Jenny Appel. Am 25. September ist Neumond in der Waage und dazu lädt uns Jenny gemeinsam mit ihrem Mann Dirk zu einem neuen Ritual in ihrem magischen Zirkel ein. Es heißt die Wandelkraft des Fuchses und ist Teil ihrer neuen Reihe Wilde Waldweisheit. Das wird bestimmt großartig und einen Link dazu poste ich euch unten in die Videobeschreibung bzw. in die Shownotes. Mein nächster Livestream ist für den 7. Oktober geplant. Dann sende ich live aus Arizona. Thema ist unter anderem der Vollmond der Heilung am 9. Oktober. Die Konstellation aktiviert die Venus, die Kraft der Liebe und Chiron, den verwundeten Heiler. Wenn ihr meinen Kanal abonniert und ganz wichtig auch das Glöckchen aktiviert, dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald ich live streame. Und es gibt auch wieder ein Gewinnspiel. Ihr könnt ein persönliches Horoskop gewinnen und den Link zur Anmeldung findet ihr in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes im Podcast. In diesem Livestream gebe ich euch auch schon einen exklusiven Vorabeinblick in das Jahrbuch 2023. Ihr könnt es jetzt schon vorbestellen und auch dafür findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir zur monatlichen Verlosung. Diesmal könnt ihr eine persönliche schriftliche Jahresvorschau als PDF gewinnen mit der Deutung eures Solarhoroskops und den Transiten für ein Jahr in den Bereichen Beruf und Liebe. Um teilzunehmen, abonniert bitte meinen Kanal und aktiviert unbedingt auch das Glöckchen für die Benachrichtigung. Ich habe gehört, dass der YouTube-Algorithmus nur noch Abonnenten mit aktivierter Glocke ernst nimmt. Deswegen, auch wenn ihr schon Abonnenten seid, könnt ihr bitte trotzdem nachträglich noch das Glöckchen aktivieren. Das wäre super. Außerdem verpasst ihr dann auch kein neues Video von mir. Und ich freue mich auch sehr über eure Kommentare, wie ihr die Zeitqualität erlebt und wie meine Prognosen für euch passen. Wer gewonnen hat, das gebe ich im Video für den November bekannt. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Wenn ihr mehr über den Marstransit wissen wollt, dann schaut euch das Video Mut zur Veränderung an. Und ausführliche Informationen zum neuen Zeitalter der Luftepoche findet ihr in den Videos, die ich mit Christoph Niederwieser gemacht habe. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.